ES-TV – Videos aus der Region Ja, also wir hatten ja wie alle Fußballvereine oder generell alle Vereine das Problem, dass wir gerade kein Training machen dürfen. Und wir haben dann schon jetzt in den Weihnachtsferien mitbekommen, dass unsere Jungs, unsere ganzen Jugendspieler schon mal wieder trainieren wollen. Und dann hatten unsere Jugendtrainer eigentlich die Idee, dass man entsprechend dieser Corona-Verordnung, ist ja Einzeltraining möglich und dass man dieses Einzeltraining anbietet. Damit haben wir nach den Weihnachtsferien angefangen. Unsere Jugendtrainer haben das gigantisch geplant. Wir haben eine Homepage für die Buchungen erstellt, halten uns an die Corona-Auflagen. Also es darf ein Haushalt trainieren mit einem Trainer. Und wir haben gewusst, dass es einen Bedarf gibt, aber dass der Bedarf so groß ist, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Also wir werden richtig überrannt. Wir bieten jetzt seit 12. Januar 30 Trainingseinheiten pro Woche an. Nächste Woche in den Faschingsferien schaffen wir es sogar vormittags anzubieten, weil einige B-Jugendspieler noch mithelfen. Da sind wir jetzt schon bei knapp 50 Trainingseinheiten. Wir bieten es für die komplette Jugend an, wobei es schon eher von den Jüngeren gebucht wird. Also F-, E-, D-Jugend. Wir haben festgestellt, einige B-Jugendspieler sind zwar auch dabei, aber so ab der C-Jugend, B-Jugend oder A-Jugend, da stand Fußballtraining doch halt mit den Kumpels, mit Zweikampf, Körperkontakt und mit der Mannschaft. Da wird es jetzt nicht so angenommen. Also aber F- und E- und D-Jugend wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben das Problem gehabt, dass die Trainingseinheiten so schnell ausgebucht waren, dass wir auch es beschränken mussten. Man konnte immer nur 14 Tage im Voraus buchen. Aber ja, inzwischen haben so fast alle, die daran Interesse haben, mal trainiert. Aber die Warteliste war schon sehr lang. Das Training ist einfach nur so ein klassisches Technik-Training. Passen, Torschuss, Technikübungen. So im Endeffekt ist es ganz geschickt eigentlich, weil man jetzt schon so ein bisschen, jeder Trainer wirklich individuell mit den Kindern arbeiten kann und an den Schwächen arbeiten kann. Da kann man schon natürlich viele Sachen jetzt beheben, die man im normalen Mannschaftstraining jetzt nicht so trainieren kann, wenn man mit 20, 30 Kindern auf dem Platz steht. Von daher ist es jetzt gar nicht so schlimm, aber so ein richtiger Ersatz für Mannschaftstraining ist es natürlich nicht. Also das ist schon klar. Maske ist nicht erforderlich, aber es darf eben nur ein Haushalt hier. Wir haben nur die Erlaubnis bekommen für den kleinen Kunstrasenplatz. Gut, unser Rasenplatz wäre gerade eh nicht trainierbar. Aber wir hatten am Anfang vielleicht gehofft, dass wir diesen kleinen Kunstrasen hier zweiteilen können, dass wir zwei Spieler immer trainieren lassen können. Aber da war es ordnungsamt relativ streng, was auch okay ist. Es darf halt ein Haushalt hier trainieren. Ein Trainer mit einem Spieler oder wenn er Brüder hat. Und dann muss es immer so 10, 15 Minuten dazwischen sein, dass die Spieler sich nicht treffen. Das haben wir dann auch auf unserer Buchhus Homepage so eingerichtet, dass die einen gehen und bis die anderen kommen, also sind die weg. Die treffen sich dann auch nicht. Am Anfang war es so, dass manche Eltern relativ viel gebucht haben und da haben wir dann die Regel eingeführt, jedes Kind nur einmal in der Woche. Und jetzt haben wir in den Faschingsferien, sind die dran, die bisher noch nicht zum Zug kommen. Da haben wir dann klipp und klar zu den Eltern gesagt, wir werden uns die Buchungen anschauen und wir werden die berücksichtigen, die bisher noch nicht trainieren konnten. Aber ja, wobei ich jetzt so den Eindruck habe, dass die Spieler, die da wirklich Interesse daran haben, die trainieren auch. Die schaffen es auch, sich ihre Termine zu bekommen, aber es ist maximal einmal in der Woche. Wir kriegen einfach nicht hin, wir haben so ungefähr 200 Jugendspieler im Verein. Auch wenn das nur die unteren Jugendlichen sind, sind wir trotzdem so bei 100, 120 Jugendspielern. Das klappt meistens leider nur einmal die Woche, aber mehr kriegen wir gerade nicht hin. Wir bieten es jetzt zur Zeit immer von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr an. Wir haben da ein super Jugendtrainerteam, haben da auch ein bisschen Glück, dass viele von unseren Jugendtrainern als Selbstständige tätig sind. Die können sich da einfach die Termine freischaufeln und die machen das auch richtig gerne. Also es ziehen alle mit, auch die aktiven Trainer machen mit von uns. Und so schaffen wir es halt. Also jeder kommt dann zwei, drei Stunden in der Woche und hat sich den Montagnachmittag ausgesucht. Und so kriegt man das eigentlich die ganze Zeit ganz gut hin, die Wochen. Also das klappt wirklich hervorragend und ich kann mich da nur bei unserem Jugendtrainerteam bedanken. Also für den Einsatz und das Engagement.